Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockter Führensturz und zwar diesmal mit der Preview-Version von Death Trash. Death Trash ist ein postapokalyptisches RPG in einer Dystopie würde ich es mal nennen. Das Ganze soll Ende des Jahres erscheinen. Das hier ist die Preview-Version, die könnt ihr auch selber spielen ab dem 16.06. jetzt, wenn das Steam Festival startet, könnt ihr die Demo selber ausprobieren. Das Entwicklerstudio Crafting Legends kommt aus Berlin und hat mir hier den Key zur Verfügung gestellt. Und wir zocken mal gemeinsam in diese Demo rein. Es wird so ein bisschen verglichen zwischen Cyberpunk und Fallout. Es geht darum, die Menschheit ist durch den Weltraum gereist, um verschiedene Planeten zu besiedeln und ist auf dem Planeten Nexus gelandet mit seinen uralten Geheimnissen aus Stein und Fleisch. An jeder Ecke sieht man irgendwelche Fleischberge und Stein und das ist alles sehr düster. Deswegen warne ich schon mal vor, dass es könnte sein, dass es nicht jedermanns Geschmack ist von der Story. Mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich mag so Dystopien. Und es geht darum, dass die Menschheit in den Untergrund geflohen ist, in die stummen Städte und das Ödland halt von den ausgestoßenen und kontrollierenden Maschinen beherrscht wird. So ungefähr. Das Ganze ist, wie gesagt, noch in Englisch. Ich versuche es so gut es geht, für euch zu übersetzen. Ich mache jetzt hier einfach mal einen neuen Spielstand. Ich habe schon zwei, drei Mal reingezockt, um ein paar Sachen auszuprobieren. Und jetzt gibt es hier so ein kleines Intro, der so ein bisschen beschreibt, um was es geht. Dieser verlassene, düstere Planet. Und die Menschheit hat sich in diese stummen Städte zurückgezogen, hat hier gerade erklärt. Und die Maschinen wandern über die Oberfläche und sind da praktisch das Gesetz, so kann man sagen. So, wir versuchen dort zu überleben. Die Ausgestoßenen versuchen dort zu überleben. So, wir können jetzt hier einen Charakter erstellen. Wir haben auch die Möglichkeit, die Skillpunkte im Nachgang zu vergeben. Also, wenn wir an eine Stelle kommen, wo wir denken, wir brauchen zum Beispiel Empathie, können wir das machen. Wir können auch hier verschiedene Werte vergeben. Zum Beispiel stumpfe Waffen. Weiß ich, werden wir brauchen. Würde ich jetzt schon mal zwei Punkte drauf geben. Vielleicht auch ein bisschen auf Stärke, weil das erhöht unseren Schaden mit den stumpfen Waffen. Dann können wir unser Leben so ein bisschen erhöhen. Und die restlichen Punkte würde ich jetzt erstmal einfach aufheben. Für das Angezockt weiß ich gar nicht, ob ich die alle vergeben kann oder muss. Können schon, müssen. Kommt drauf an. Und wir können uns einen Charakter erstellen. Wir können jetzt hier mal den Windsturz erstellen. Und können hier ein Template auswählen. Ihn finde ich ganz cool mit der Frisur. Irokesen mag ich. Und dann können wir verschiedene Körper hier drunter setzen. Mit dieser komischen alten Offiziersuniform finde ich passt ganz gut. Wir können den Kopf noch durchschalten. Aber wie gesagt, der Irokesen passt für mich. Hautfarbe ist völlig ausgeblichen. Ich lasse mal dieses etwas dunklere. Denn für weiße Haare passt das ganz gut. So ein bisschen Rutger Hauer. In Blade Runner. So. Akzentfarbe. Mache ich mal Hirnsturz orange. Und Klamotten. Ja. Back in black. Das passt schon. Starten wir. Wir wachen hier in unserer kleinen Kammer auf und lernen so die Grundlagen AWSD steuern. Wir können auch das Ganze mit der Maus steuern. Und gehen mal durch die erste Tür. Dann können wir zum Beispiel dodgen, also rollen mit der Leertaste. Und wenn wir die Steuerungstaste gedrückt halten, dann sehen wir in der Umgebung, welche Sachen wir anklicken können. Ah, eine Maschine. Sieht kaputt aus. Okay. Wir sammeln ein bisschen Abfall auf. Wir gucken hier drüben mal rein. Hier ist anscheinend ein Blutfleck auf dem Boden. Ja, ist nicht mein Blut. Alles klar. Das ist natürlich beruhigend. Okay. Diese Art Roboter, die beherrschen anscheinend hier diese Stationen, wo wir uns befinden. So, willkommen Bürger. Es sieht so aus, als wäre die Mission erfolgreich gewesen. Erinnerst du dich, wer du bist? Ja. Eigentlich nicht, aber ja. Das ist erfreulich. Wir sind immer an deinem Wohlergehen interessiert. Und wie auch immer, du musst uns jetzt verlassen. Denn es könnte eine Kontamination gegeben haben und das können wir nicht ignorieren. Und du darfst auf jeden Fall nicht zurückkehren. Und wir haben auch Sicherheitsmaßnahmen da eingeführt. Okay, Sicherheitsmaßnahmen. Was passiert jetzt mit mir? Wohin soll ich gehen? Ja, das liegt nicht an uns, das zu beantworten. Uns steht es frei, überall hinzugehen. Und du darfst nur nicht zurück in unser Habitat. Hier ist alles Relevante. Ich habe das nochmal aufgeschrieben. Jetzt kriegen wir einen Zettel, wo alles nochmal draufsteht. Und wir sollen den Surface Integration Curse machen. Also den Oberflächenintegrierungskurs, damit wir wissen, was an der Oberfläche passiert. Also, wir können jederzeit gehen. Ich verlasse euch jetzt. Ich will an die Oberfläche. Okay, dann sollen wir in Abschnitt 2 gehen. Hier geht es weiter an die Oberfläche. Goodbye. Machen Sie es gut. Ich gucke mich trotzdem nochmal um. Aha. Hier darf ich nicht durch. Ich darf nicht ins Habitat. Es könnte Kontaminationen geben. Alles klar. Wir müssen abhauen. Wenn ich jetzt hier weitergehen sollte, wird das nicht gut für mich enden. Ich habe es schon ausprobiert. Von daher sammeln wir ein bisschen Müll. So. Ja. Der Surface Integration Curse. Ja. Wir müssen aufpassen, denn die Sicherheitsmaßnahmen wurden extra deaktiviert, damit es auch realistisch ist, damit wir auch an der Oberfläche klarkommen. Alles klar. Machen Sie es gut, Bürger. Wir gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Hier könnten wir mit dem Level 1 auf Schlösser knacken. Könnten wir dieses Schloss hier knacken. Aber wir haben eh keinen Dietrich. Von daher haben wir auch keine Möglichkeit, das zu öffnen. So. Dann gehen wir mal in den Surface Integration Curse. Also wir lernen jetzt, wie wir an der Oberfläche überleben. Wir gucken uns hier so ein bisschen um. Hier ist nichts drin. Ah ja. Hier. Ein Nano-Health-Pack. Das Nano-Health-Pack. Wir gehen mal ins Inventar. Mit Tab geben wir ins Inventar. Gibt uns 70 Leben hinzu. Wir sind derzeit bei 25 von 55. Deswegen. Im Moment lohnt sich das nicht. Dann haben wir nochmal die Notizen, warum unsere Bürgerschaft hier zurückgezogen worden ist. Die können wir lesen. Und dann uns behalten. Wird praktisch das Inventar leerer. Und wir haben in unseren Notizen hier unter Wissen. Können wir das nochmal alles nachlesen. Hier sehen wir auch unsere Quests. Inventar. Mit den verschiedenen Ressourcen. Mit unseren Körperimplantaten. Mit einem unbekannten Hirnimplantat. Und irgendwas. Ja. Universal Society. Aber wir wissen nicht, was das ist. Ansonsten haben wir keine Quest-Items. Alles klar. Erstmal für den Anfang sollte das reichen. So, wir ziehen weiter. Da haben wir eine Kampfweste. Die können wir uns anziehen. Damit sind wir besser geschützt. Die gibt 7 auf stumpfen Schaden. 10 auf scharfen Schaden. Und 10 auf Projektile. Und hier in dem Schrank haben wir noch ein bisschen Abfall. Den brauchen wir auch nicht wirklich. Was haben wir hier? Ein. Ja. Das ist wohl ein Bett. Hier unten liegen Organe rum. Sehr schön. Sammeln wir auf. Außerdem Fleisch. Das ist halt diese Story hier von diesem Planeten. Und diese Organe bzw. das Fleisch geben uns Leben, wenn wir die essen. Also wir könnten jetzt zum Beispiel 15, 30, 40. Essen wir mal hier das 15er Organ. Dann haben wir wieder Crunch schön ins Fleisch gebissen. Wie gesagt, da kann ich verstehen, wenn das nicht jedermanns, jederfraus Sache ist. Aber ich finde diese abgedrehte Story echt cool. Und es wird auch nicht weniger krude. Da haben wir noch ein paar Medizin-Sachen. Und hier eine alte Werkbank. Aber außer ein paar zerbrochenen Werkzeugen finden wir hier nichts. Hier ist eine Tür. Die ist verschlossen. Und hier ist eine Maschine, die piept. Man hört es auch leise. Die Maschine scheint mit der Tür verbunden zu sein. Und, ähm, please refro organic lubricant. Also ein organisches Schmiermittel soll eingefüllt werden. Hm. Was bedeutet das? Es könnte wohl sein, dass selbstgemachtes Schmiermittel hier eingefüllt werden muss. Aber ich habe ja keins. Ja, was machen wir da? Hier kotzen wir eben auf dem Boden. Habe ich auch einen Entwickler gefragt. Wie kommt man auf das? So ganz klar war es nicht mehr. Auf jeden Fall sammeln wir es auf und packen es in die Maschine. Ah, well. Here we go. Die Tür geht auf. Wunderbar. Ab jetzt haben wir die Möglichkeit uns zu übergeben und können Schmiermittel erzeugen. Ich bin begeistert. So. Trash. Alte Technologien. Unsere erste Waffe für einen Holzknüppel, den können wir mit Tab ausrüsten. Also beziehungsweise mit Tab gehen wir ins Inventar und rüsten den aus. Und wenn wir jetzt links schlagen, können wir hier Fresser zerschlagen. Und ich will aber erstmal hier oben gucken, bevor wir durch die Tür gehen. Hier waren nämlich noch Sachen. Das ist nicht interessant. Und hier noch ein bisschen Abfall. Nehmen wir alles mit. So, dann schlagen wir hier mal die Tür auf. So, derzeit haben Waffen noch keinen dauerhaften Schaden. Also, dass die irgendwie kaputt gehen, ist glaube ich nicht vorgesehen. Wenn wir die Shift-Taste gedrückt halten, dann können wir praktisch ohne zu gehen schlagen. Und zerschlagen hier diesen wabbelnden, matschenden Haufen. Und nehmen uns natürlich das Fleisch mit. Mehr gibt es hier nicht. Doch, hier gibt es noch was. Alte Technologien. Und noch ein bisschen Abfall. Und das war es soweit. Das ist halt hier so ein Training, so ein einfacher Kurs, in dem wir lernen, wie das ganze Spiel funktioniert. Jetzt haben wir eine Schrotze bekommen. Jackie wird sich freuen. Die rüsten wir erstmal aus. Und wenn wir jetzt rechts gedrückt halten, können wir hier, ähm, das müssen wir gar nicht. Wir können auch mit links schlagen. Okay. Ne, anscheinend nicht. Aber können wir es erschießen? Können wir. Bringt nur nichts. Und kein Zeug raus. Wir sollen auf die Lichter an der Wand schießen, hieß es. Wir laden erstmal nach. Und. So. Tür ist offen. Die Tür wird aktiviert. Die war hier verbunden. Wir laden mal die Waffe nach. Und finden hier drüben unser erstes Modul. ein Stealth-Modul, ein Stealth-Modul. Deswegen Cyberpunk. Wenn wir jetzt hier auf Body gehen, können wir dieses Stealth-Modul, also dieses Unsichtbarkeits-Modul, in unseren Körper einbauen. Mit der Alt-Taste können wir uns unsichtbar machen. Und dann, sobald wir das aktiviert haben und uns bewegen, wird hier ein gewisser Fortschrittsbalken verbraucht. Also, bewegen. Nicht bewegen verbraucht nichts. Finde ich ziemlich praktisch. Jetzt warten wir, bis er hier rum ist. Ich mache mal die Unsichtbarkeit aus. Lade die Energie wieder auf. Und jetzt ziehen wir los. Und wenn wir aus dem, aus dem Verborgenen angreifen, gibt es praktisch einen Bonus. So, da ist noch ein bisschen Trash drin. Bisschen Abfall. Ähm, 26. Wir ziehen uns erstmal das hier rein. Das reicht erstmal. Ansonsten haben wir ja noch diesen Heilstick. Also nochmal Medizin. Oh. Ich tarn mich mal schnell. Achso, der hat uns, weil er uns gesehen hat. Können wir uns nicht mehr tarnen. Da bin ich ein bisschen stark reingerannt. Okay, wir essen mal sicherheitshalber noch ein bisschen Organe. Genau, wenn er uns praktisch erkannt hat, dann haben wir keine Chance uns zu tarnen. So. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Hier ist irgendeine Maschine. Ah, der macht die Tür auf. Aber wir gucken uns erstmal hier oben um. Alles mitnehmen. Kondition hat uns gelohnt. Wo geht's hier hin? Ah, wir sind... Ah, wir sind wieder... Ah, wir sind am Anfang, wo wir mit denen gesprochen haben, ne? Okay, dann gehen wir wieder zurück. Das wäre praktisch die Abkürzung gewesen. Richtung Höhlen. So, da sind wir runtergekommen. Hier gehen wir durch. Wir sind draußen. Oh, mir geht's nicht so gut. Warte. Okay. Ich muss erstmal... Müsste irgendwie behoben werden. Ich glaube, ich muss einen Doktor finden. Äh, der uns das hier sich mal anguckt. So, mit T können wir die Waffe wegstecken. Und dann können wir hier rumziehen. Hier liegt ein bisschen Fleisch. Und hier ist... Hä, wer bist du? Was mache ich hier? Ja, das könnte ich dich auch fragen. Ähm... Er beschützt den Fleischkragen. Äh, was mache ich hier? Ähm, ich bin hier aus diesem Gebäude rausgekommen. Was? Durch die Tür? Die funktioniert? Ja, ähm... Weißt du was über die Maschinen da unten? Nee, ähm... I didn't know there were any. Ich weiß nicht, wo da welche sind. Äh, willst du mich verletzen? Warum sollte ich ihn verletzen? Äh, nee. Puh. Okay, zum Glück. Ähm, ich würde dich auch nicht verletzen. Ich will nur auf den Fleischkragen aufpassen. So, jetzt könnten wir mit Empathie, ne? Könnten wir jetzt irgendwie mit ihm sprechen. Ähm... Jetzt könnten wir zum Beispiel mal gucken. Ähm... Wir können jetzt mal hier rausgehen. Und könnten jetzt zum Beispiel unsere Skills auf Empathie geben. War das? Hier war das. Wir haben noch zwei Punkte. Das geben wir die... Das geben wir die Punkte auf Empathie. Und reden nochmal mit ihm. Ähm... Hatte ich das nicht... Hatte ich das nicht übergeben? Oder wie? Ah... Irgendwie habe ich es nicht festgelegt. Apply. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir Empathie. So. Fühlst du dich... Äh... Fühlst du dich nicht alleine hier? Äh... Ja, manchmal. Der Fleischkragen ist dein Freund. Aber er redet halt nicht viel. Äh... Er wünscht, dass hier noch mehr Leute rum sind. Äh... Umherziehen. So. Jemand muss auf den Kraken aufpassen. Deswegen bleibt er hier. Ähm... Ja. Danke, dass du nachgefragt hast. Was ist mit dem Fleischkragen? Ähm... Es ist nicht seiner. Du kannst mit ihm reden. Er ist ein bisschen... Ähm... Er hat ein bisschen komische Launen jetzt die Tage. Deswegen rede mal mit dem Fleischkragen mal. So. Hallo Fleischkragen. Äh... Fuck. Ja. Okay. Rumble. Rumble. Ähm... Ja, das ist... Ähm... Was bist du für ein Tier? Tier? Ja, du bist ja nicht menschlich. Human. Äh... Ich bin menschlich. Aber... Äh... Was bist du denn? Animal. Human. Okay. Also es ist irgendwas dazwischen. Es würde passen. Das ist eine Menge Fleisch. Fleisch, Lord. Living. Also Fleisch, viel, Leben. Was isst du denn? Living. Small. Big. Humans too? Also isst du auch Menschen? Okay. Nur Lebendes. Was machst du den ganzen Tag? Pondering. Jetzt weiß ich nicht, was Pondering ist. Ähm... Wahrscheinlich Nachdenken oder sowas. About what? Life. Okay. Friendship, Society, Amusement. Also er braucht Freundschaft, Gesellschaft und Unterhaltung. Ähm... Hast du Freunde? Friends, you. Ah, wir sind jetzt der Freund. Oh, yes. Friend. Search Friends. Ähm... Also du willst noch mehr Freunde haben? Suche Freunde. Okay. Ähm... Mach ich für dich. Dann suche ich für dich mal Freunde. Also wir haben, ähm... eine Quest bekommen für den Fleischkraken, neue Freunde zu finden. Ähm... Okay, wir probieren das unter den Umständen. Wir gucken uns einfach mal ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja Freunde für den Fleischkraken. Jetzt habe ich mich getarnt, weil ich auf Alt gekommen bin. Ich kann mir hier irgendwas abbauen. Oh ja, den wollte ich eigentlich drücken. Aber das ist nur der Fleischkraken. Da ist was. Hexenfinger. So, irgendein Kraut meine ich, ne? Wird das hier irgendwie erklärt? Eine Crafting-Ressource. Hier noch was? Nö. Sackgasse. Ähm... You can save the game. Okay. Wir können speichern. Machen wir mal ein Quick-Save. Kann nicht schaden, ne? Wollt hier irgendwas schief geht. Wir haben ja die freie Wahl, wo wir hingehen können. Was ist hier? Hier was? Hier ist was. Okay. Keine Idee, was das ist. Hier ist noch Abfall. Nehmen wir mit. Da ist noch mechanische Teile. Ist das auch eine Crafting-Ressource? Sieht so aus, ne? Ja. Hier unten scheint es rauszugehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist das hier? Ein Symbol für den Fleischkraken, ne? Okay. Alles klar, wir laufen mal südlich raus. Ah ja, geht's raus aus dem Gebiet. So, wir sind außerhalb. C-Equipment. Was können wir jetzt machen? Achso, das ist einfach nur die Erklärung, dass wir da wechseln können. C. Gut zu wissen. So. Oh, da läuft jemand. Gehen wir ein bisschen weiter weg. Mit M haben wir eine Karte und sehen, wo wir ganz grob sind, was wir erforscht haben. Sehr schön. Organe und Trash. Was ist hier drin? Boost, also Alkohol, würde ich sagen. Und Quarze. Nehmen wir alles mit, solange das Inventar das hergibt. Nehmen wir das mit. Was war denn jetzt? Wir haben 33, 25 wäre gut. So, ist das Leben wieder voll. Hier kommen wir nicht lang. Ich muss sagen, ich habe nur so weit gespielt, dass ich praktisch mit einem Kraken gesprochen habe und so. Ich wollte mich jetzt nicht spoilern, denn ich mag das immer ganz gerne, wenn man nicht alles über das Spiel von Anfang an weiß. Hier gibt es irgendwelche Scout-Commands, also Anweisungen für einen, der sich umguckt. Ah, Knowledge Fragments. Die geben 50 Erfahrungen. Können wir das irgendwie... Naja, 50 Erfahrungspunkte bekommen. Und... Also, wir sollen irgendwie nach Westen reisen und uns umgucken nach den Großen. Ähm, und wenn wir die gefunden haben... Ähm, okay. Be careful, the mutants seem very aggressive. Okay, die Mutanten sind sehr aggressiv. Okay, es hat eben anscheinend nichts genützt. Richtung Westen soll man gehen. Okay, wir haben auch diese Erinnerungen haben wir uns gespeichert in unserem Questbuch. Sehr schön. Ja, aber es soll noch Westen. Ich weiß nicht, ob es hier noch mehr gibt. Ich denke mal, wir werden dem Pfad folgen. Da geht es nicht weiter. Da ist noch jemand. Ähm. Ein nackter Mann. Ähm, hallo, alter Mann. Ach. Guck dich an. Du hast Klamotten an. Äh. Äh, ja, Klamotten sind sehr praktisch. Ja. Ja. Ernsthaft? Hier, meine Dancing Skills. Toll. Du kannst tanzen. Ich, ähm, feiere die Sonne. Ja, alles klar. Ähm. Hast du eventuell Interesse an einem Fleischfreund? Ah, du meinst dieses große Fleischmonster in dem Tempel? Ähm. Ne, hat er nicht. Na gut. Hat er sonst noch was zu sagen? These leave me alone. Ja, ja, ja. Brauchst du vielleicht, ähm, Hilfe? Na. Okay. Er tanzt für das Fleischmonster. Äh, Quatsch. Für die Sonne. Und... Kann ich mir noch tarnen? Ja, kann ich. Gucken, ob es reicht, bis da ranzukommen. Oh, das sind ja zwei. Äh, schwierig. Schwierig. Ich will mal ranzukommen trotzdem. Okay. 19 und 18 Schuss haben wir noch. Bzw. Ein im Lauf. Das hat funktioniert. Den anderen untersuchen wir auch noch. Ah, Organe. Sehr schön. Bisschen Energie. Hier haben wir Zikon. Okay. Bis wir doch noch mehr lang gegangen sind, bevor wir nach Westen weiter sind. Hier, diese Tonnen sind anscheinend nur Barrieren. Mechanische Teile. Gehen wir da ran? Können wir nicht. Gut. Gehen wir mal nach Westen, würde ich sagen, oder? Ich meine, bei so einem RPG, was Story getrieben ist, ist es natürlich, ähm, ähm, Story-Driven, ja. Fast wieder eins zu eins zu besetzt. Ähm. Ist hier irgendwas? Ach, hier sind wir rausgekommen. Ja, wir sind wieder am Anfang. Ähm, ist natürlich immer schwer, jetzt bei so einem Angezocktes alles zu zeigen. Da haben wir noch so einen Hexenfinger. Aber es geht ja auch um den Ersteindruck. Und ich finde diesen Grafikstil von der Pixelart schon fast künstlerisch. In Verbindung mit dieser sehr abgedrehten Story und dieser offenen Welt, die wir erkunden können. Ja, jetzt haben wir eigentlich so gut wie alles entdeckt. Ähm, eine coole Sache. Ich mag halt diesen kruden Humor. So, wir sind hier beim Kraken-Tempel. Ähm. Wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen weiter. Können wir auch hier nach oben laufen? Nein, wir können uns frei bewegen. Wir sehen auch hier, wo überall Demo steht. Das ist wahrscheinlich das Gebiet, wo wir uns aufhalten können. Ja, wir gehen mal bis hier hin. Da geht's nicht weiter. Gucken, ob wir noch irgendwas finden. Da ist was aufgetaucht. Okay, dann ab da hin. Da sind mechanische Teile. Bin mal gespannt, ob wir die später in irgendeiner Werkbank noch verarbeiten können. Aber ich gehe fest davon aus. Da geht's wieder raus. Wir gehen jetzt erstmal den Rand ab. Würde ich sagen. Nein. Oh. Sicherheitshalber Matan. Oh, da ist schon jemand. Da ist auch jemand. Okay. Würde ich sagen. Oh, scheiße. Er hat uns gesehen. Shit. Ich dachte, ich würde hinter der Mauer stehen. Okay. So, mal gucken, wer als erstes dran ist. Wir haben eine Old Rival bekommen. Und ein bisschen Metalle und so ein Kram. Ich glaube, wir heilen uns mal. Essen wir das hier. So, die Old Rival. Die hat genau die gleichen Werte, wie wir haben. Wir nehmen sie mal mit. Und wir können sie auch auseinandernehmen. Ich hatte von hier gesehen, dass wir die Sachen auseinandernehmen können. Okay, was ist mit den Notizen hier? Memorize. Das ist ein Loked. Hatten wir das schon mal. Okay, Energie ist da. 14 Schuss noch. Wo war der andere? Zum Glück hat er von dem Kampf nichts mitbekommen. Hier irgendwie, ne? Hier unten. Man sollte halt nicht ihm direkt vor die Füße laufen. Alles klar. Haben wir einen 15er? Jo. Fakt. Da kommen die ganzen Viecher raus. Da gibt es wieder Fleisch. Habe ich das Viecher gerade eingesammelt? Ne. Was ist das? Ah, wieder Zirkonen. Wieder irgendwelche Ingredienzien zum Basteln. Da ist nochmal Zirkonen. Ja. Hier noch was. Oh, was hat der denn? Oh. Der ist explodiert. Der ist explodiert. Okay. Daher auch regelmäßig abspeichern. Ich verstehe. Okay, der hat anscheinend gespeichert, als wir hier in der Stadt angekommen sind. Man sollte ab und zu mal das Quicksave verwenden. Deswegen hat er das ja am Anfang auch erklärt. Okay, dann dürfen wir uns jetzt nochmal mit dem Typen auseinandersetzen. Ich gehe jetzt erstmal nach unten. Mal gucken. Müsste ja dann hier irgendwo sein. Ich glaube, dass man, wenn man den auf ein gewisses Level nach unten geprügelt hat, genau, dass man dann abhauen muss, weil er explodiert hat. Jetzt. Ja, das war das. Ionische Sachen. Was sollen wir denn hier bekommen? 39, das heißt 15. Haben wir was mit 15? Haben wir. Gut. Nachgeladen ist auch. Okay, wo war denn der andere? War der nicht hier in dem Bereich? Ich glaube, hier weiter oben kam der. Da, Brains. Ja, zwei Stück. Das ist Trash. Hier war der Loot-Container. Nehmen wir auch alles mit. Hier, da steht er. Zwei. Hier ist. Das ist doch nicht. Mal kurz in Deckung gehen. Die Tarnung auffüllen. Oh, shit. Zum Glück habe ich die Nahkampf geskillt. Einfach drauf. Was soll's. So. Quicksafe. War da ein F5 oder sowas? Ne. Steht da nicht. Wenn man hier schnell speichern kann, gibt's wahrscheinlich auch. So, jetzt schauen wir, was wir hier eingesammelt haben. Gold haben wir eingesammelt. Ähm, wir ziehen uns auf jeden Fall hier ein bisschen Energie rein. Haben wir hier irgendwas gefunden? Ressourcen haben wir diverse gefunden. Crafting-Notizen. Nö. Das waren anscheinend alles nur noch Ressourcen zum Basteln. Da ist noch ein. Uh, da hat er mich fast gesehen. Mal gucken, wie er sich bewegt. Oder ist hier noch ein zweiter? Die haben alle schrotzen. Das scheint hier die Standardwaffe zu sein. Umso besser. Animalism. Also, wenn wir Animalism haben, können wir... Ach, wir sammeln die auf, die Fleischhürmer. Ihhh. Okay, naja. Hier ist irgendeine Höhle. Die wir noch erforschen können. Das ist aber rot. Ja. Der bewacht irgendeine Leiche. Okay. Das war erfolgreich. Ein Schockmodul anscheinend. Ist das ein Modul für den Körper? Ja. Ähm. Okay. Greift mit Schockenergie an. Mit C. Ah, und das können wir mit F auslösen, wa? Ja. Alles klar. Das ist praktisch das gleiche, wie wenn wir ihn auf dem Boden spucken. Und das kann man halt entsprechend dann auslösen. Ja. Eine... Ach, Schrotz haben wir noch vergessen. Okay. Die sind aber beide nicht besser, ja. Also, ihr seht, um was es geht. Es ist ein sehr düsteres, ein sehr ekliges, ein sehr blutiges und steiniges RPG. Mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Ich habe jetzt halt mal ein bisschen reingezockt, um euch den Start davon zu zeigen. Ähm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Und, äh. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare. Steht ihr auf so Dystopien? Mögt ihr solche truden Sachen? Ich finde es fantastisch. Und freue mich drauf, wenn die Vollversion entscheidet. Vor allem dann auch mit deutscher Übersetzung. Weil gerade bei so einem RPG, wo es um Story geht, finde ich es dann doch persönlich ein bisschen angenehmer. Ähm. So hundertprozentig bei manchen Worten bin ich da auch nicht. Ähm. Deswegen finde ich es in Deutschland immer spannender. Aber soll ja auf jeden Fall kommen. Wurde schon versprochen. Wenn ihr Bock habt reinzuspielen, spielt am Mittwoch rein. Dann sollt es die Demo geben auf Steam. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten angezockt. Macht's gut bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.